Hey Leute und hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Sera 2. Wir haben es tatsächlich geschafft und diesen Scheiß einfach geschafft. Und jetzt werden wir hier sterben. Oh Gott nein, das war ein Scherz. Wir haben immer noch nur noch ein Leben. So, oh, wieso lasse ich los? Oha. Bitte nicht. Puh, bitte nicht. Okay, wir müssen nämlich hier hin. Und zwar habe ich das, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist ein Geisterhaus, nein, ein Geisterdorf, sage ich mal. Das Problem ist, ohne das Kreuz würden wir die Viecher hier nicht sehen und deswegen ist das scheiße. Genau, das ist Kazutu. Strange. It is deserted. Wahrscheinlich heißt das irgendwie sowas wie zerstört oder so. Ja, das ist Kazutu sozusagen. Wir haben das sozusagen, äh, das, das New Kazutu gefunden, was halt versteckt war. Und das ist sozusagen das geflohene Gegenstück von dem hier. Und hier finden wir unseren letzten Superzauber. Unseren Superzauber. Yay. Okay. I can give you most powerful magic. Geil. Ja, jetzt haben wir Thunder. Und somit haben wir alle scheiß... Nein, die sind nicht scheiße. Sorry, ich benutze so oft scheiße. Okay, das drängt jetzt komisch. Naja. Also auf jeden Fall haben wir alle Zauber, alle Gegenstände, null Leben, drei Schlüssel, warum auch immer. Und, boah, können jetzt eigentlich zum Megaboss. Warte mal, war das... Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das Story-mäßig war. Also wir haben ja jetzt alle... Wir haben ja jetzt alle Kristalle... Äh, geholt, äh, abgegeben und so. Theoretisch müssten wir doch einfach mal das Trifoss bekommen. Oh, megal. Dann halt nicht. Kriegen wir bestimmt noch. So, ich gucke mich mal hier... Ups, ein falscher Knopf. Jetzt stell dir mal vor, man sieht die nicht. Die sind so richtig blöd zu bekämpfen, wenn man sie nicht sieht. Okay, alle Gegner sind blöd zu bekämpfen, wenn man sie nicht sieht. Aber die besonders scheiße. So. Die sind besonders blöd, ne? Voll die halben Häuser hier, voll krass. Was haben wir hier nur getan? Das ist ja richtig übel, ne? Okay, aber scheinbar gibt's hier nix mehr. Schnell. Puh. Okay, hier gibt's echt nichts mehr. Ah. Schnell. Oh, scheiße. Oh Gott. Was, es geht noch weiter? Was ist denn das für ein Riesendorf? Äh, dann heile ich mich lieber, bevor ich hier abkrabble. Ab-abkrabble? Was? Äh, okay. Hm, abkrabble. Auch ein tolles Wort. Obwohl es das nicht gibt. So. Ja, offensichtlich gibt's hier echt nichts. Hey, das war ein kaputtes Haus. Na? Na? Warte, sieh das. Seht ihr, wie fies die sind? Die sind richtig... Scheiße, und ich sterbe. Nein! Oh. Ach, eigentlich ist das voll egal. Ist vielleicht besser so, wenn ich jetzt sterbe. Wenn ich ehrlich bin. Los. Tötet mich, tötet mich. Zwar hab ich dann einen Tod mehr auf dem Counter, aber... Pfff, wen interessiert's? So viel, wie ich schon Tode gesammelt habe, ist das auch egal. So. Aber grundsätzlich sind wir ja voll gehealt und so. Und voll gelevel-upped. Haben alle Gegenstände und so weiter, hab ich ja grad schon gesagt. Und deswegen können wir uns jetzt auf den Weg machen zum richtigen Ende. Zum richtigen, richtigen Ende. Ja. Wir haben alle Palastinger abgegeben und so. Jetzt müssen wir, äh, wahrscheinlich die bösen Mächte besiegen. Dann die Untertanen von Ganon oder so. Würde ich mal behaupten. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, worum es jetzt noch geht. Hm. Ich glaub, das steigt auch, ja, darüber hinaus, was man eigentlich, äh, im... am Anfang gesehen hat. Also von der Story. Deswegen frag ich mich gerade... Hm. Keine Ahnung. Ich guck nochmal nach, vielleicht weiß ich zum nächsten Part. Ähm, auf jeden Fall müssen wir jetzt in Richtung Ganon-Schloss oder so, oder was auch immer übrig geblieben ist, oder was auch immer das jetzt genau ist. Vielleicht ist es auch nur so ein Endpalast, wo sich die Bösen niedergemacht haben. Und... Ja. Böse sind. Also sozusagen die... Das Hauptquartier der Bösen, die uns jagen, weil sie unser Blut wollen, um Ganon wieder zu leben erwecken. Zu erwecken. Und... Ähm, vielleicht ist das auch zufälligerweise der Ort, wo das Trifoss versteckt ist. Zufällig. Naja. Soll ich mal spoilern, wer der Endboss ist? Ganon! Nein, die werden ihn nicht richtig wieder auferstehen lassen können, weil sie ja unser Blut brauchen. Obwohl sie wahrscheinlich schon längst unser Blut hätten, weil sie uns so oft getötet haben. Mal abgesehen davon. Aber, ähm... Mist, 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 Mist. Ich hasse euch. Ich hasse euch sowas von... Ich hasse euch einfach so. Richtig. So. Hier geht's dann runter. Das ist ganz lustig. Hä? Wisst ihr was? Geht das? Tschüss. Tschüss. Oh, die werfen dann aber trotzdem Scheiße in der Teile. Egal. Tschüss. 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 Okay. So, und hier ist jetzt... Gar nichts? Hier ist gar nichts? Hm. Wie fies. Echt nicht? Ist ja fies. Hier ist gar nichts. Hm. Okay. Auf jeden Fall geht's hier weiter. Und ich glaube nicht, dass ich das jemals schaffen werde, überhaupt, äh, da durchzukommen. Denn der Weg ab jetzt zum Schlossboss... Boss Schloss ist der schlimmste Weg, den ich je getroffen habe. Und ich glaub, also ohne Safe Seeds hab ich den einfach nie hingekriegt. Mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Wenn ja, dann bin ich glücklich. Und dann bin ich mega glücklich. Ja. Ach, so. Und hab... Oh, 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 oh. Wir brauchen Jump. Auf jeden Fall brauchen wir Jump. Lass mich in Ruhe, du blödes Dinger. Okay. Okay, okay. Okay. Das... Mir fährt schon mal ganz super. Mist. Ich sollte nicht in die Reinspringen. Hm. So. Live. Brauchen wir. Okay, brauchen wir sogar Jump. Hm. Okay, der erste Teil ist geschafft. Cool. Ich würde... Ich könnte mir vorstellen, dass da links irgendwas ist, aber ich habe mir jetzt überhaupt keine Lust nachzuschauen. Okay. Nächste Passage geschafft. Wie lang das noch ist, ey. Das ist doch zum Kotzen. Okay, solange ich Jump habe, ist alles gut. Solange ich Jump habe. Wahrscheinlich gleich nicht mehr. Nein! Oh. Scheiße. Okay. Erster Fischler. Kein Problem. Ist der erste. Ist noch nichts... Nichts... Schlimmes passiert. Okay. Zack. Nein. Zack. Nein. Nein. Boah. Boah, die umkreisen mich. Die umkreisen mich! Oh Gott. So, stirb. Und du bitte auch. Aber okay, wenn du nicht willst. Dann nicht! Nein! Boah. Scheiße. Wie? Und stirb. Yes. Oh, hat sich sogar gelohnt. Okay. Ich heile mich einfach mal an dem das Ding. So. Huh. Okay. Also bis jetzt war es noch nicht so schlimm, wie ich es gedacht hatte. Aber es ist noch nicht vorbei. So. Huh. Okay. Oh nein. Hier wird es ja noch höhlich. Das habe ich vollkommen verdrängt. Und vergessen. Ähm. Kann man nicht. Boah. Bist du schnell unterwegs, du verrückte. Das sind blaue, die waren. Ah, noch nie. So. Schnell in die Hülle rein. Okay. Nächste Passage. Passage. Vor allem. Passage. In letzter Zeit spreche ich absichtlich alles falsch aus. Aber dann merke ich, das hört sich eigentlich scheiße an. Deswegen verbessere ich mich dann wieder. Das ist ganz komisch. Boah. Nein. 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 Also werde ich es. Wenn ich es beim ersten Mal schaffe, bin ich Gott. Oder der Teufel. Je nachdem. Zack. Mm 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 mm. Dann bin ich teuflisch. Hi. Schnell. Okay. Nur noch eine Scheißhülle und tausend Passagen vermutlich. Ah, egal. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, okay. Okay, okay, okay. Wow, Freiheit. So. Okay. Nächste Passage. Wie sie noch. Oder fangen wir mal gleich an. Oh Gott. Ich habe gar nicht hingekommen. Ich irre. Okay. So, ihr kommt jetzt bitte her. Danke. Und macht nichts. Dich werde ich jetzt auch noch töten. Und du bist egal. Aber egal. Wenn du willst, kannst du auch hier rumfliegen. Ist mir wurscht. So. Du. Ja, die Scheiß-Coin kann man leider nicht abwehren. Oder es ist mir zumindest nichts bekannt. So. Oh, top. Mal schnell geheilt. Und die Dismassage. Was? Was? Da bin ich jetzt. Bin ich denn vollkommen bescheuert, dass ich da nicht durchgekommen bin? Oder was? Oder ist es. Dum dum. Hm. Alter. Ich bin doch wohl wahnsinnig oder so. Genau. Und hier. Ach so, ja. Okay. Hätten wir die acht. Äh. Die. Nee. Warte mal. Das ist ja unruhig. Egal. Hätten wir die Kristalle da nicht in die Tempel gepackt, dann hätten wir die diese Barriere nicht aufheben können und so. Aber was zum. Ich hab's beim ersten Mal geschafft. Echt. Ich konnte das einfach nicht. Ich hab's nicht hingekriegt beim letzten Mal. Muss ich's. Ich musste Safe-Sales benutzen. Das ist der schlimmste Dungeon aller Zeiten. Er ist so verrückt kompliziert. Hat eine eigene Mocke. Und ja. Ist eigentlich ganz cool. Jetzt würde ich gerne sterben, um zu gucken, ob ich wirklich hier wieder aufwache in dem Dungeon. Aber das wird ja wohl so schnell wie möglich passieren. Hm. Ach, scheiß Teile, ey. Uah. Ihh. Okay, hier sind da nochmal natürlich neue Gegner und so. Ich will echt sterben. Ich will sterben. Gerne. So. Ähm. Ja, ich nehm mal Jump. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. So, mal gucken. Zack, zack. Oh. Wie lange brauchst du denn, du Freak? Ah, scheiße, 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 scheiße. Boah. Sind die stark. Oh. Jump war also gar nicht mal so schlecht. Wobei, naja. Oh. Und hier ist ne Sackgasse. Yeah. Das ist schon mal ganz cool. Zu wissen. Dass hier nichts ist. Naja. Oh, es verfolgt mich. Nee. 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 Melodie. Ich weiß es gar nicht. Büh, 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 büh. Büh, büh, biedi, büh. Äh. Ich will sterben, Mann. Ich will sterben, das wär so cool. Ähm. Das Komische ist, ich will wirklich sterben. Das ist mein Ernst. Ich will nämlich wirklich wissen, also bin ich gleich, wenn ich sterbe, wieder hier im Anfang. Das wär, das wär Oberhammer. Das wär, das wär Oberhammer. Achso, das sind so wie Hammerwerfer oder so. Nur dass das Feuer nerviger ist. Und, dass sie mehr Atta-, äh, Dingens brauchen natürlich. Und die ziehen ziemlich viel ab. Und ich heil mich so wenig. Das ist so mickrig. Das ist so mickrig, diese Heiligung. Oh, ich glaub, man fällt hier irgendwo nochmal durch. Ja. Genau. Oh. War ja klar. Hä, die sind alle wieder da. Oh. 50. Äh, ich wollte gerade sagen, ich komme nicht mehr hoch. Aber, okay. Zack. Oh. Oh, sterbe ich denn gleich oder was? Oh, was für ein Wunder. Oder so. Ich geb mir gerade überhaupt nicht Mühe, sorry. Aber ich will unbedingt wissen, ob ich hier aufwache. Das ist so cool. Wenn ja. So, nach der Säule. Yeah. Bitte nicht noch ein Loch. Bitte nicht. Okay. Okay, hier ist offensichtlich der einzige Weg, der vorangeht. Und jetzt natürlich wieder Wegspaltung. Yeah. Diesmal geh ich, geh ich nach rechts? Ja, ich geh nach rechts. Hm. Hm. La, la, la. Oh. Nee, ich geh nach links. Hm. Also hier kann man sich auf jeden Fall sehr gut verirren. Eigentlich macht es auch keinen Sinn, irgendwie so richtig zu suchen und wirklich bis zum Ende zu kommen. Man muss sich einfach merken, wo man schon war und wo es nicht weitergeht. Weil sonst ist das scheiße. Oh. 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 Okay. Hm. Oh, bitte, 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 bitte. Ja. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kann es richtig weitergehen. Okay. Geilo. Und wir werden nie wieder zurückkehren. Tja, Link ist dem Tode geweiht, oder so. Oh man, wisst ihr, das habe ich wahrscheinlich schon erwähnt, dass die ersten beiden Zeldas eine der chronologisch aktuellsten sind sozusagen. Also die modernsten, also es spielt in der modernsten Zeit in der Zelda-Welt, meine ich sozusagen. Und das ist ganz lustig, weil das ja die ersten Spiele sind. Also die Timeline spaltet sich an 3, also die offizielle zumindest. Und das ist eine, also Zelda 1 und 2 sind halt, beziehungsweise Zelda 2 in dem Fall, ist das aktuellste Spiel in der einen Timeline, beziehungsweise in der einen Spaltung in der Timeline. Das finde ich eigentlich ganz... oh scheiße, jetzt habe ich vergessen zu springen, ich... oh scheiße, war klar, dass das nicht geht. Boah ey, das ist ja richtig blöd hier. Nein! Boah, so, zack, boah, spring, spring, boah, spring, aah! Oh, ich bin so ein Idiot! Okay, das geht auch so. Super. Wie wenig mehr springen, äh, jump abzieht von Magie. Von Magie? Ähm, ey, ach so, die Spannfeuer. Uah, ich kann es nicht abwehren. Scheiße, was soll ich machen? Ich bin planlos gerade. Ich bin echt planlos. Oh Gott. Oh Gott, wie, wie soll man das denn schaffen? Warte, 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 warte. Boah, bin ich voll blöd, oder was? Wieso graff ich nicht, wie man hier abwehlt? Oh nein, hier war ein blauer oder so, ein blauer Vogel oder so. Ne, noch ein paar davon. Meine Güte, das ist echt blöd. Ah, scheiße. Boah. Boah, boah. 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 Man hat doch keine Chance gegen ihn. So. Zack. Also den Weg immer gehen, ist auch scheiße. Also wie war das in dem ersten Zelda, war der letzte Dungeon, ich glaube, halb so groß wie die ganze Overworld-Karte. Und ich weiß nicht, wie groß dieses, dieses Dungeon, dieses Dungeon ist. Im Gegensatz zur Overworld-Karte. Auf jeden Fall riesig, weil es nervig ist und, äh, sehr groß und verirrbar, sehr verirrbar, ja. Zack. Okay, hier ist nix. Dann will ich mal hier runterspringen. Wie, wie. Wie kann man mich schon auch runterfallen? Nö. Oder doch, aber habe ich jetzt nicht ausprobiert, wie wir gesehen haben. So, ich... Oh mein Gott. Der hat mich auch... Oh Gott, ey. Alter. So ein scheiß Slime und der erschreckt So, ey. Das ist so flützendig. Was für ein Scheiß. Oh. Die sind mega stark. Für so ein Slime. Okay. Oh mein Gott, ey. Herzinfarkt aller Slime. Oder was? Meistens, wenn man so ein Let's Play guckt oder so, dann erschreckt man sich... Boah, was ist das denn für eine Scheiße? Weg hier. Ähm. Dann erschreckt man sich eher durch die Reaktion des Let's Players oder so. Ups. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh, es geht noch weiter. Nein. Boah. 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 Oh, scheiße. Boah. Oh, da ist ein Fenster. Ist das ein gutes Zeichen? Ähm. Ähm. Ne. Oh. Alter, die übertreibt es doch mit dem Scheiß. Ich hasse ihn jetzt schon. Alter, der ist doch bestimmt unmöglich zu besiehen. Unmöglich. Unmöglich. Nein. 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 Boah. Scheiße. Ja, tot. Okay. Ganz ruhig. Ähm. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich glaube, man sollte auf jeden Fall ganz nach oben springen. Also relativ weit oben. Weil da... Die, äh... Wahrscheinlichkeit, dass er uns hier erwischt, ist halt niedriger. Beziehungsweise... Ja. Ja. Ist okay. Ist okay. Oh nein. Aber der ist doch... Okay. Ich mach lieber Schild an und ich stecke in dem Ding fest. Boah. Oh oh. Okay. Zack, zack. Der ist voll blöd. Der ist voll blöd. Ich hasse ihn. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Nehme ich mal wieder Jump. Ich nehm mal wieder Jump. Ich mag Jump. Ich mag Jump. Okay, stirb. Stirb. Na. Der ist aber nett. Er schmeißt mich nach oben. Oh Gott. Oh Gott, Gott. Oh man, ich will dieses Ding kaputt machen. Danke. Boah. Dem, der, 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 der. Ey. Okay. Jetzt noch mal heilen. Nein. So. Ich warte noch darauf, bis ich mich verklicke und irgendeinen Zauber fälschlicherweise benutze. Den ich nicht benutzen möchte. So, ich glaube, da ist aber noch einer von denen. Nee, aber vielleicht kommt ein Raum, der genauso aufgebaut ist. Okay. Jump. Oh, Fee. Was sind das für Dinger? Löcher. Okay, meine Magie ist alle. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wow. Okay. Ach, Mann, was ist das denn? Ist hier auch sowas zum Durchfahren? Aber ich glaube, da unten ist... Also, da kann man durchfahren. Toll, das heißt, der ganze Weg ist umsonst, oder was? Das kann ich nicht glauben. Ich will mal den ganzen Boden durchlaufen, weil ich nicht weiß, ob hier vielleicht doch irgendwo was... Nee, ernsthaft jetzt? Ach, das ist ja... Seht ihr? Das ist alles scheiße. Alles scheiße. Nein, nicht alles. Doch, alles. Ach, kein Plan. Der Part ist eh vorbei. Am besten, ich sterbe jetzt einfach. Wie sehen uns denn? Wie sehen uns denn? Ich kann ja gar nichts machen. Das kann doch nicht wahr sein hier. Bin ich jetzt... Ich bin gefangen, nein! Bis ich Game Over gehe oder so. Nee, bis ich einmal sterbe, dann habe ich wieder Magie. Aber... Das ist doch scheiße. Ich kann keine Feen benutzen. Zack. Ich will's, ich wollte's halt gerne hier benutzen, um zu gucken, ob ich vielleicht nach oben kann, aber... Das kann ich mir eigentlich auch schlecht vorstellen. Merkwüüüüüdigg! Okay, ich stört's mir jetzt nicht, aber ist mir egal. Und das zweimal? Nee, doch, nee, doch, nee. Hui! Achso, der Part ist vorbei. Oh. Oh, oh, was ist denn hier? Ich hatte zuerst Angst, dass hier irgendwas runterfällt, deswegen bin ich schnell vorbeigeflogen, aber offensichtlich tut's nichts. Also, okay. Hm. Lalalalalala. Äh, ey. Was ist das hier? Da, da, da. Mann, ich stehe hier überall fest. Oh, nein. Ich das... Es lohnt sich mehr zu sterben, als hier vorbeizugehen, mit diesem Penner. Na, okay, dann mach ich hier mal Stopp und, ähm, Wir sehen uns im nächsten Part, beim vielleicht letzten Part, wer weiß. Also, bis dann und tschau.